Geht n bei dem im PC ab? Alter, was geht n bei dem? Der ist durch. Ja, guck dir mal den. Das fährt die ganze Zeit. Das fährt die ganze Zeit. Wir suchen noch Leute. Das fährt die ganze Zeit gegen die Wand. Ja, weißt du, und der macht so Hände so. Äh, ich will vorbei. Digger, du fährst gegen die fucking Wand, man. Das ist der behindert. Der ist richtig behindert. Wo hast du denn den Führerschein gemacht? Im kühler Stall oder was? Komplexpackung. Da ist noch einer, blau. Alter, dieser MPC, der hat echt einen am Sender. Hast du gehört? Ja, ja, das ist egal, der gehört auch zu dem. Ach, da ist noch ein Chinese. Ja, die können sowieso nicht Auto fahren. Schießt du. Die Schießauge. Und jetzt bleibt der da stehen. Bringt der Tussi. Das fährt weiter. Ah, ich dachte schon, der fährt jetzt noch gegen die Laterne. Ist ja nicht so, dass du aus der Welt fährst oder ich? Blöck! Boah! Du hast ja geantwortet, wenn ich... ... hab oder so. Na so, ich auch. Na, Alter! So, eine Pfragte ist schon mal kaputt. Ja. Ne. Da hat wohl jemand den Zug erwischt. Pünktlich. Was kommt der mal pünktlich, ey? Ich kann ja heiter werden. Was war das? Was war das denn? Was war das denn? Was fragst du mich? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, du hast mich angezündet. Ach man, was mach ich denn? Nein. Ja, ich hab die alle ausgeladen. Mach ich das ab. Ja, das hab ich gemerkt. Ach, Marc. Das Motor ist noch gegen mein Auto geknallt.